servus leute und willkommen zurück auf meinem kanal heute geht es weiter mit der werkbank hobelbank umbauaktion hier super sach ja im ersten teil habt ihr ja gesehen wie ich diese plattform baue ich lupfe das mal hoch dann seht ihr das von unten ja da sind auch füße dran und so weiter warum sind die platten plötzlich so dunkel ich zeige euch wie man osb platten auf günstigste art und weise so gestalten kann es ist kein öl und auch keine beize ähnlich wie meinen fußboden damals übrigens verlinke ich euch auch in der video beschreibung wie ich den gemacht habe da den boden ja die ältere osb platte die mit der uv strahlung schon sehr stark nachgedunkelt ist die schleife ich ein bisschen heller dann passt es und meine schleife übrigens verlinke ich euch in der video beschreibung und auch ein video dazu wie ich diesen stecker da nachgerüstet habe abnehmbares kabel ja auch zu diesem allpowers akkuspeicher findet ihr ein video und ich habe mittlerweile schon einen zweiten allpowers akkuspeicher den man mit schön mit solar laden kann ich spare damit einfach meine stromkosten ein bisschen ein die anschaffungskosten bei dem kleinen allpowers gerät sind relativ gering jetzt nämlich noch eine lasur her da habe ich eben holz lasur noch übrig von meinem boden damals ja die lasur steht schon zwei jahre rum da ist noch ein rest drin kann man jetzt schön verarbeiten und ja hier seht ihr mit einem schraubenzieher braucht man da nicht rummachen da gibt es extra öffner für die dosen so hat man bessere auflage bei der hebelwirkung da macht man den deckel nicht so kaputt also ich fange mal an und mache natürlich gleich als erstes mal eine unfassbare saurerei weil im pinselgriff war noch farbe drin so kann es gehen wenn man nicht aufpasst gleich mal saurerei machen bevor man überhaupt anfängt ja ich habe halt vergessen dass dieser pinsel in der dose ist und ich habe vor dem öffnen der dose die dose kräftig geschüttelt und somit war halt dann ganz viel farbe in diesem pinselgriff drin also wenn ihr osb platten mit einer lasur behandelt dann könnt ihr kreuz und quer arbeiten auf den osb platten bei so massivholz seiten beispielsweise wie bei mir dann solltet ihr schon besser durchziehen das ganze stück gleichzeitig dann richtig der länge nach durchziehen damit man keine ansätze drin hat also die seiten mache ich immer komplett durch und bei der fläche ist das egal wenn mittendrin ein bisschen aufhört man sollte natürlich nicht eine stunde warten dann hat man ein ansatz aber wenn man das so nase nass verarbeitet kann man da keinen fehler machen und wenn man überschüssiges material drauf hat kann man da auch mit einem lappen leicht bissel wieder abwischen so einfach geht es mit einer lösemittel lasur geht es übrigens besser ich habe damit wasser basis schlechtere erfahrungen gemacht lasst euch nicht täuschen hier vorne habe ich angefangen das saugt ins material ein hier vorne ist das ganze heller hier hinten ist es noch nass dunkler das saugt schön ein und wird dann ja von der oberfläche bisschen heller also ich kann das material euch auch verlinken swing color eine lasur auf lösemittelbasis ebenholz die last ist jetzt trocknen und dann kann man die werkbänke montieren ja das bedeutet die kommen ja hier drauf dann kommen noch rollen hin dann kommen noch schubladen rein in diese werkbänke dann kommt ein frästisch rein obendrauf kommen noch klappen dass man diese vertiefungen nicht mehr hat dann kommen noch steckdosen hin absaugung oberflächliche aufbereitung die optik osb finde ich so viel besser übrigens bandsäge bekomme ich auch mal wieder kommentare zu der bandsäge da hinten natürlich nicht die säge da sondern die da hinten dazu gibt es ja auch schon zwei teile könnt ihr gerne mal anschauen und irgendwann wird das ganze teil mit holz verkleidet und auch die arbeitsfläche wird noch bearbeitet ja um gewisse projekte halt machen zu können brauche ich natürlich eine werkbank eine ordentliche und nicht zwei so einzelne hobelbänke mit mir ist das auf der sack gegangen ihr habt ja gesehen wie ich am anfang das chaos aufgeräumt habe und ich habe keinen bock mehr ich habe keine staumöglichkeiten da unten drin und deswegen wird das ganze jetzt endlich mal angefangen also das bedeutet teil für teil wird hier die werkbank der umbau von dieser werkbank hobelbank geschichte stattfinden und wenn ich dann das alles irgendwann mal fertig habe dann kann ich auch projekte endlich machen auf einer gescheiten ordentlichen werkbank ja gerade das mit der bandsäge da kommt ja auch noch holzarbeit auf mich zu und da brauche ich einfach arbeitsoberfläche und nicht so ein scheiß wie das hier deswegen bleibt einfach dran dann seht ihr wie es weitergeht abonniert meinen kanal jetzt reicht es schon jetzt habe ich genug geschwätzt